Ich habe schon als kleines Kind mit meinem Vater an Autos gearbeitet. Ich habe auch sehr gerne an Autos gearbeitet. Das war eigentlich mein Hobby. Und dann habe ich gedacht, das verbinde ich nicht gerade mein Hobby mit dem Arbeiten. Also bin ich zum Automobilfachmann gekommen. Was uns speziell macht, Tempelfrey ist ein grosser Konzern. Und trotzdem sind wir familiär und näher an unsere Kunden. Bei den Möglichkeiten der Karriere ist es ja wirklich so, dass wir eine gute Grundausbildung anbieten können. Aber dann auch gute Aufstiegsmöglichkeiten haben. Wenn jemand Interesse hat, bin ich überzeugt, haben wir auch in unserem Gewerbe sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegsmöglichkeiten. Ich bin sehr stolz, dass ich so viel gelernt habe. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt. Ich habe auch gelernt, mit den Kunden gut zu kommunizieren. Ich bin offener geworden hier. Ich bin auch sehr stolz. Wieso sollte jemand bei uns die Lehre machen? Weil wir ein super aufgestelltes Team haben. Alle sind motiviert. Das merkt man auch. Das spürt man auch. Und wir fokussieren uns auch darauf und schauen auf die Stimmung der Leute. Und das war ja alle Jahre immer gut. Überdurchschnittlich kann ich sagen. Und darum macht es Spass bei uns. und das war ja alles klar. г Month f